Ja, es gibt hier ein Hotel Astoria. Ja, das wird schon 30 Jahre sein, dass es zu hat. Zwischendurch hat es mal auch oft gehabt, wenn die Besucherzahlen hochgegangen sind. Das gehört mit zu dem Hotel Front Center und es ist von innen sehr schön klassisch ausgestattet. Da findet sich auch roter Marmor und es gab wohl auch kühle Kunstwerke, die aber leider alle abhanden gekommen sind, wer auch immer das verkauft hat. Also auch diese Aufnahme ist in 2D mit besserem Sound und in 360 Grad mit etwas schlechteren Sound aber Rundumsicht. Und da könnt ihr euch mal ein bisschen umsehen, wie es hier direkt vor dem Hotel aussieht. Ja, ich bedanke mich soweit und tschau. Die Mama auch kurz aus.